So, jetzt machen wir einen Oberpfälzer Sprachkurs. Oberpfalz, jeder bekannt, okay. Und zwar... Du, da geh ich nicht mehr rum mit, da geh was mit mir aber lieber und alle an. He, was denkt der jetzt, was das heißen könnte, hä? Ist nicht so schwer, das heißt so viel wie... Du, da geh ich nicht mehr hinüber, denn da fassen mich immer alle überall an. Oh, das kommt nicht zu schwer, oder?